Das nutzt er aber nix, wenn er sich auf dich fixiert. Na? Lass ihn doch mal gehen, Jean. Ruf mal, Muni. Guck mal, ob er kommt. Arzt? Ja, komm her. Fein, was ist denn das für Fein? Hm? Ich hab ja auch Geld gemacht. Ja, du bist schön. Ja, Phil, du bist auch feiner. Ja, du bist auch feiner. Dann springt er dich an. Ich spring mich an und schlabber mich an und alles. Phil, komm her, du Schudeltier. Du bist doch eine alte Ziege. Du bist doch eine alte Ziege. Guten Appetit. Ja, Wasser saugen. Na, Züge? Das ist genau, das passt wie der 100% zu der Töhle. Das magst du so krass, ne? Genau so für Schlamm. Ja. Ja. Alte Ziege ist das doch. Wenn man die Türen jetzt vorhin wieder auf dem Lacken hat. Das hat er dann gemacht, hat genug geschlüpft, ne? Ja, natürlich. Wie immer. Kennst du doch die alte Ziege. Lass sie kastrieren, hoffentlich. Endest du es dann. Der ist schon kastriert auch, ne? Ja, ja, der ist kastriert. Nur die Joy halt noch nicht. Hallo. 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 Hallo.